Herzlich Willkommen bei mein Telefonbuch. Schön, dass Sie da sind. Wenn Sie möchten, können Sie auch ein Profilbild hochladen. Doch Achtung, hier nehmen wir es etwas genauer. Das Bild darf nicht größer als ein Megabyte sein und soll auf jeden Fall sie selbst zeigen. Lustige Partybilder oder Comicfiguren akzeptieren wir nicht. Unsere Redakteure schauen sich das Bild an, bevor es veröffentlicht wird. Wenn Sie jetzt noch kein Foto einstellen wollen, können Sie das übrigens zu jedem späteren Zeitpunkt nachholen. Auch können Sie alle anderen Angaben, die Sie hier machen, später wieder ändern. So, den ersten Teil der Anmeldung haben Sie bereits geschafft. Klicken Sie anschließend auf Weiter zu den Zugangsdaten, dann kommen Sie direkt zum zweiten und letzten Teil. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020